Williams macht es nicht direkt. Wieder zu flach, wieder zu kurz. Nachgesetzt von Da Costa. Kick den noch reingeschippt. Gute Möglichkeit, das ist eine richtig gute Idee. Achtung auf was, jetzt muss es das sein. Und das ist es auch. Dankeschön Eintracht Frankfurt für den nächsten Treffer in diesem Spiel. 3 zu 0. Und das ist Renat Dadashov. Ein Stürmer aus der eigenen Jugend. 18 Jahre jung ist er. 1999 geworden, das muss man sich mal vorstellen. Super Vorarbeit, aber dann macht er das auch stark. Kriegt den Ball unter Kontrolle. Und dann spitzelt er ihn. Branimir Guter eigentlich vom Fuß. Der war auch einschussbereit. Also sehr gute Aktion von Renat Dadashov. Hier haben wir einen Moment in der Zeit von der Neue Stürmer. Und das ist jetzt eine gute Idee. Und das ist noch eine gute Idee.